So, ihr wartet sicherlich schon gespannt auf Special Teil 2 und hier ist Special Teil 2. Für Special Teil 2 habe ich mir natürlich auch nochmal etwas ganz Besonderes überlegt. Ja, einige werden jetzt sagen, ach wie langweilig, gab es doch gestern schon. Aber ich mache es einfach nochmal, weil es so schön war. Ich werde euch noch einmal ein paar Online-Codes schenken. So habe ich mir das überlegt. Und jetzt, heute gibt es etwas mehr zu, ja sag ich mal, abzustauben, zu gewinnen. Es sind etwas mehr Online-Codes geworden. Es gibt genau so viele Online-Codes. Das sind genau 9 Stück. Und die werde ich jetzt mal in die Kamera halten, damit ihr die auch natürlich abstauben könnt. Es zählt wie immer, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir doch mal. Das hier ist der erste Online-Code. Das hier ist der zweite. Das hier ist der dritte. Das hier ist der vierte. Das hier ist der fünfte. Das hier ist der sechste. Das hier ist der siebte. das hier ist der achte das ist der neunte und damit auch der letzte wer jetzt gut aufgepasst hat bevor er schon gezählt hat, der weiß, das waren nicht nur 9 ich habe gesagt, 9, hier hier ist noch einer, der zehnte 9, was für eine Zahl, richtig krumm machen wir doch 10 draus ja, das war's an diesem schönen Karfreitag ich würde sagen ich wünsche euch auf diesem Wege schon einmal schöne Ostertage mit euren Liebsten um euch rum dass ihr mehr heil durch die Ostertage kommt und esst nicht so viele Eier das ist auch nicht so ganz gesund ob ich mich dran halten werde, das weiß ich noch nicht ganz genau wahrscheinlich eher nicht, aber ich gebe euch nur den Tipp und dann würde ich sagen, wir sprechen uns morgen nochmal und dann am Sonntag ist ja erst Ostern aber man kann ja nie genug mit den Wünschen anfangen ich sage auf Wiedersehen euer Garraus Damage verabschiedet sich an dieser Stelle mit einem lauten Schimmel Ciao mit V bis dahin Tschüss